Das Gymnasium hat große Berechtigung, weil die allgemeine Bildung große Berechtigung hat. Weil oft ist es so, dass Schüler noch nicht genau wissen, was sie später mal studieren wollen und von dem her ist es gut, wenn man einfach mit einem Rucksack an Möglichkeiten und an Fähigkeiten ins Studium geht und dann sagt, okay, jetzt weiß ich, mich interessiert das, ich probiere etwas aus. Das heißt, das Wesen unserer Schule ist eigentlich einfach die Bandbreite. Dieses Angebot ist eigentlich einzigartig und das ist auch der Sinn und Zweck einer allgemeinen Bildung in höheren Schule. Ein ganz eindeutiger Bonus, den das Gymnasium in einem Städten hat, ist die Zusammenarbeit von Schüler, Lehrer und Eltern. Das macht es ein bisschen familiärer und das gibt einen Rückhalt. Für mich ist das Besondere am Gymnasium die Vielfalt, dass man als Schüler in so viele verschiedene Richtungen gehen kann und auch individuell die Möglichkeit hat, wo etwas zu vertiefen, anderes wegzulassen, also einen Weg zu finden, der bestmöglich zu einem passt. Ich sage einmal, dass es eine ziemlich gute Grundlage für alles ist, was du machen kannst. Du kannst eigentlich in alle Bereiche dann weitergehen. Für mich war es wichtig, dass ich nicht nur dieses Technische habe, sondern auch eine breite Allgemeinbildung und das ist eben im Gymnasium anders wie in einer HTL. Und ich finde, auch im Gymnasium wird die Neugierde und das Interesse für viele verschiedene Dinge geweckt. Ich denke, wir bieten hier so vieles an, von Sprachen, Naturwissenschaften, Musik nicht zu vergessen, die sportliche Schiene, also ich denke, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Also für mich ist es auch ganz besonders wichtig, dass man vor allem als kritischer Mensch unsere Schule verlässt, dass man lernt, Meinungen zu vertreten, als Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Manche sind am Anfang ganz schüchtern und entwickeln sich dann vielleicht sogar zu einer Schulsprecherin oder zum Schulsprecher und das ist einfach wirklich schön, weil man merkt, wie sich dann ein Charakter formt. Man muss argumentieren, erörtern, Dinge hinterfragen, nicht alles für bare Münze nehmen. Dass sie Kraft ihrer sehr guten Ausbildung, Kraft dieses Fundaments auch so wahrgenommen werden, dass man sagt, ja, das ist jetzt einer, der kommt aus dem Gymnasium am Stetten. Und da sind wir sehr stolz drauf.